Ja, hier Alberti, guten Tag. Ich möchte den Computer wieder zurückgeben. Ja, das ist beim Hans, ich bin nicht der Hans, ich bin sein Partner. Wann wollen Sie es machen? Weil der Hans ist jetzt unterwegs. Soll er Sie anrufen? Hallo? Ist doch keine große Sache. Nehmen Sie den doch einfach wieder zurück. Der hat nämlich kein Bindo drauf. Das brauche ich aber, um meine Gedichte zu schreiben. Ich bin Dichter, wissen Sie? Ja, ich bin nicht der Hans, Birk. Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazu stehen. Ich bin ein Mitarbeiter von ihm. Also ich finde, Sie könnten jetzt ruhig dazu stehen. Ne, jetzt komme ich nicht mit. Also ich sage, der Mann ist bescheidert, soll Sie anrufen. Ja, okay. Er ruft Sie an. Dann schicke ich Ihnen den also mit der Post. Warten Sie doch mal ab, er ist nicht da. Ich bin ein Mitarbeiter von ihm. Ja, ich weiß gar nicht, um was es geht. Ja, gut. Tschüss. Dankeschön. Mhm. signs? Grücess? Ja, Gra Panda. Ok. Ja. 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 Vielen Dank.